hallo und herzlich willkommen zu einer neuen let's play reihe auf meinem kanal und ja der ein oder andere wird sicherlich schon anhand des gebäudes erkennen auf welcher map wir uns befinden außerdem steht es im videotitel also surprise surprise es ist die hermannseck die war ja als wir überlegt haben was machen wir nach der altkirche auch ein heiß gehandelter kandidat bei uns weil die uns so super gefällt oder gefallen hat dies klein sie ist schnuckelig sie ist gemütlich sie ist sehr urig ja also ist eine ganz ganz süße kleine map und ich habe mir gedacht kommen als kontrastprogramm zur lpg ist die hermannseck durchaus geeignet es sei denn ihr sagt kommt nicht eine andere andere map wir schlagen dir irgendwas anderes vor da könnte man noch mal darüber nachdenken nein könnte man natürlich nicht ich finde die klasse ich möchte ganz gern zumindest angespielt haben ja nur wie spielt man sie an ich hatte euch ja in dem video der lpg was heute rauskam schon angekündigt dass ihr etwas mit entscheiden dürft und zwar spielen wir sie mit seasons oder spielen wir sie ohne seasons ich habe jetzt erstmal mit seasons weil ich ja gucken muss wie meine fps hier so sind ihr kennt meine problemchen und es läuft im moment erstaunlich gut muss ich sagen also als ich sie vor einem monat getestet habe lief das nicht ganz so flüssig schauen wir mal wenn ihr das ein oder andere passiert könnte sich das ja auch ändern ja also ich wäre also ich bin ein bisschen im zwiespalt war ich möchte diese map entspannt und gechillt spielen ich möchte hier nicht ausatmen stress 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 das muss gemacht werden das muss gemacht werden das muss gemacht werden nein möchte einfach hier ganz entspannt ich sage mal vor mich hin dümpeln das heißt nicht dass ich hier die sache nicht ernst nehme sondern dass ich einfach in ruhe spielen möchte ohne irgendwelche welche krassen spiel ziele die ja auch hier gar nicht möglich sind dafür ist die map hier wirklich ideal geeignet man hat hier nur ganz minimale produktion ja und das sind zum beispiel ja die milch produktion also beziehungsweise hier der mit ja wo man halt milch umverarbeiten kann dann haben wir ja den komposter wir haben hier das gartencenter wir haben eine brauerei also wirklich ganz wenig und das finde ich sehr sehr sympathisch denn ihr seht das auch in der map selber die felder sind so klein dass man da gar nicht so viel runterkriegt also hier die riesen mods mega produktionskette aufzubauen wäre an sich auch eher schwierig und was mir auch sehr gut gefällt ja das ist immer so ein bisschen strittig ist dass die tiere etwas verteilt sind ja ich meine gut kühe und schweine sind direkt am hof das dort wo wir uns befinden die schafe sind ein bisschen abseits und die hühner gut es sind halt die hühner ja kann man nichts weiter großartig mitmachen muss man auch nicht also alles gut wie gesagt hier ist die brauerei hier können wir noch die kompostieren anlage ja also kompost machen milch können wir machen ja also wir haben möglichkeiten zu verkaufen dieser teil hier deshalb auch v2 wurde angebaut haben sind neue felder da die produktionen wurden erst hinzugefügt deshalb ja mindestens ein bisschen was zusätzlich zur hofarbeit zu tun gefällt mir also sehr sehr gut ist eine sehr sympathische map sehr liebevoll sehr detailliert gestaltet also ich finde es gut ja die zweite frage wie wir sie spielen ist ja nicht nur seasons oder nicht seasons das ist hier die frage ich werde schon wieder albern nein modern oder alt also oldtimer würden sich ja hier auch anbieten ich habe mir so ein pack runtergeladen das ist erst ganz frisch im mod hub erschienen da sind nicht alle geräte dabei ja nur so ein teil so ein paar traktoren ja so ein alter buchern bucher ladewagen zum beispiel finde ich super knuffig wir können da mal reingucken ich zeige euch was ich meine das ist also es ist ein konvertiertes dlc zu vom 15er soweit ich das verstanden habe ihr wisst ich spiele erst seit dem 17er so jetzt geht es schon wieder los bin schon wieder bin schon wieder überfordert reden und suchen gleichzeitig ist immer nicht so meine stärke ja komm her komm 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 wo ist ja hier über ladewagen kipär düngerstreuer ja so ein zetter ist zum beispiel auch mit drin was ich sehr sehr sympathisch finde da mal bin ich denn man schon wieder blind hier ladewagen da ist es ja das zum beispiel hier so ein knuffiger bucher drin finde ich echt klasse könnte man als alternative hier durchaus auch mal verwenden denn mein ganz persönlicher wunsch wäre und das ist etwas wo ich euch echt fragen wollte ob das überhaupt für euch in frage käme zuzuschauen ich würde es gerne mischen weil wir übernehmen ja hier einen bestehenden hof mit einem bestehenden fuhrpark ja mit mit neuen traktoren ja wir haben ja hier die new hollands zwei stück mehr auch wieder nicht dann haben wir ja hier von die dünger streuer ist ja nun auch schon ich meine das ist ein neuer ja aber sieht schon halt ein bisschen älter aus dass man vielleicht die sache etwas mischen könnte dass man sagt man hat den hof übernommen und hat einen teil schon neu ersetzt wie zum beispiel hier den drescher dann ist ja kleines also kleine arbeitsbreite reicht auch völlig aus auf dieser map und manche sachen sind halt alt geblieben ja dass man sagt man hat zum beispiel noch einen alten zetter oder den ein oder anderen alten traktor noch den der vorbesitzer hier hat stehen lassen und den man nutzen wir einfach um so ein bisschen feeling hier auch auf der map zu bekommen alles klar guten morgen ja um das ein bisschen zu mixen also ich wollte jetzt nicht super modern mit mit super alt kombinieren sondern das was wir haben ist ja doch standard und könnte zum teil auch ein bisschen mitverwendet werden dass man halt nicht nur mit alt unterwegs ist denn ja zwei maps gleichzeitig sinnvoll spielen wird schon schwierig die haben sich geknutzt ist ja süß ihr seid ja knuffis ganz klasse ja bin schon weg seht ihr mal die hat mich gerammt aufgespießt ja gleich leck verursacht ja das sind so wie gesagt das was ich mir vorstellen würde wenn man das ein bisschen mischt weiß einfach also für mich auch interessant wäre das zu mischen dass man halt nicht nur rein oldtimer oder rein neu spielt sondern wirklich so ein bisschen gelungene mischungen herstellt und das wäre ja mit diesem pack durchaus machbar ja sind ja so ein paar ganz süße schnuckelis dabei ja ich mein weg wollte nicht drücken können ja hier noch mal gucken also hier gerade bei dem zeta ja wir haben ja gar kein ja so dass man jetzt sagen könnte auch den dem war halt hier mit für vier meter ist doch völlig in ordnung holen wir uns den fahr für zweieinhalb tausend oder halt wie gesagt der ladewagen wäre eine möglichkeit ja bei den traktoren gibt es natürlich auch richtig viele und richtig süße teile dabei da könnte ich mich ja schon wieder dumm mit dem die shoppen mehr also er weiß ich nicht also was hier finde ich hätte ich doch deutlich mal was anderes noch so als zusatz vor paar klar die haben nicht viel leistung ist auch völlig klar aber gut was soll es nur für die ein oder andere kleine arbeit könnte man das ja durchaus mal probieren was haben wir denn noch haben da glaube ich sogar frontlade teile dabei ja hier guck mal ist doch geil oder könnte man doch durchaus mal machen hier mit schaufel und gabel ich fände es einfach mal ja den versuch wert wenn man nicht damit klarkommen könnte man das ja immer noch abbrechen ja beziehungsweise dann halt durch doch neues ersetzen ich meine hier mit viereinhalb tausend liter bist du schon ein bisschen unterwegs da müsste man gucken was hier der ertrag auf der map überhaupt ist wie gesagt die felder sind wirklich schnuckelig ich glaube feld 7 ist so ziemlich das größte was wir am anfang besitzen können wir mal gucken dass ihr eine vorstellung davon habt wie groß hier die felder sind hier haben wir schon eine wiese am start also ich war jetzt in dem spielstand noch nicht überall deshalb auch mal ein kleines leck zwischendurch ja das ist feld 7 das geht hier doch so ein bisschen um die ecke ja hier hinten hinter den schweinen also ist doch sehr übersichtlich ist die ernte denke ich doch auch relativ schnell abgeschlossen sodass ich da schon wieder am zweifeln war ob man es überhaupt mit seasons spielen sollte weil man ja dann doch relativ lange warten muss bevor man wieder aufs feld kann deshalb halt die überlegung manches als oldtimer variante zu spielen aber halt nicht komplett ihr seid natürlich herzlich aufgerufen hallo möchte ich nur rumleggen herzlich aufgerufen eure meinung dazu zu äußern wie ihr das euch wünschen würdet ja guck mal hier wird das feld schon noch ein bisschen größer ich glaube feld 10 mal gucken ist ja doch so mit feld 1 links oben feld 2 das sind so die größten die wir haben feld 17 noch dazu ja also die sind alle nicht so mördermäßig groß ja also es doch recht chillig und entspannt und das ist das was ich mir gewünscht habe als zweitprojekt wollte ich halt kein stressprojekt also wie gesagt ihr seid ganz herzlich aufgerufen eure meinung zu äußern zu sagen mensch so und so ja nein nur neu wäre natürlich auch eine möglichkeit dann würde ich gucken dass wir halt kein ja keine großen geräte anschaffen sondern halt neue die sag ich mal hier auch drauf passen weil ich glaube ich weiß nicht ob ich jetzt unbedingt mit meinem großen glas paket das ist ja nicht mein paket aber mit dem glas paket hier drauf gehen würde ja um hier zu ernten wie ein weltmeister weil fährst du dreimal hin und her und bist fertig ist jetzt für mich nicht so der sinn der übung man muss sich ja auch hier auch nicht die großen felder kaufen man kann das durchaus auch mit den den kleinen machen halt peu a peu sich vorwärts arbeiten die tiere stehen natürlich hier im absoluten fokus auf so einer kleinen map ist klar ja mal gucken was wir damit so schönes anstellen ja also ich würde euch wie gesagt bitten euch zu äußern eure meinungen zu teilen ich werde mich versuchen nach der mehrzahl zu richten beziehungsweise passende argumente die ihr eventuell liefert auch zu berücksichtigen was ist das ein schöner unterstand ist ja super ja hier sind zum beispiel hier so so ballenlager ja mitten am rand finde ich klasse ja das finde ich richtig gut da kannst du hergehen einlagern fertig wunderbar also habe ich das jedenfalls verstanden ja weil wozu sollte das hier sonst sein ja das sind so kleine nette feinheiten die mich doch bewegen mich auf dieser map ähm ein bisschen intensiver zu beschäftigen ja ich hoffe euch gefällt der gedanke ich hoffe ihr könnt euch damit anfreunden dass wir auf der hermannseck oder ich auf der hermannseck unterwegs sein werde ähm vorrangig ein singleplayer spiel auch wenn das hier im multiplayer läuft denn ich hatte mich ja zum beispiel mit dem joda unterhalten habe gesagt ich möchte gern noch was anderes machen als kontrastprogramm was kleines schnuckeliges noch und habe gesagt ach mensch da würde ich auch ganz gern von zeit zu zeit mal mit reingucken und deshalb läuft dieses ähm diese karte dieses spiel von vornherein auf dem multiplayer sodass da jederzeit ähm jemand mit dazu kommen könnte wenn er denn möchte klar wolle und joda sind hier natürlich auch jederzeit herzlich willkommen wobei es ist halt eine kleine map und hier ist halt nicht so monstermäßig viel zu arbeiten und ich würde auch dementsprechend die jahreszeiten erstmal bei neun tagen lassen ja ihr seht es hier steht schon mal ganz fetter regen ins haus über viele viele tagen ja 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 also wie gesagt ich würde ganz gern im mix spielen mit seasons mit ähm mix aus alt und neu hoffe es ist für euch okay wenn nicht denn könnte man das ja dementsprechend entpassen ist ja kein problem ja dann würde ich sagen lock ich mich mal rucki zucki hier wieder aus denn unsere kühe und unsere schweine haben einen riesen hunger und das möchte ich dann allerdings erst anfangen wenn die entscheidung gefallen ist mit welchem fuhrpark wir hier starten wollen denn dann würde ich mir zum beispiel diesen frontlader holen gucken ob ich damit diese ballen überhaupt bewegen kann ja nicht dass der sowieso zu schwach ist für diese großen ballen müsste man gucken der pöttinger würde ausgetauscht werden gegen den bucher also gegen den anderen ladewagen ja das sind so sachen die ich mir da definitiv vorstellen würde ja wie gesagt schreibt eure meinung in die kommentare wenn ich es hinkriege mache ich auch direkt umfragen im video oben links habt ihr denn so ein i da könnt ihr drauf klicken und abstimmen werden denn zwei umfragen sein ja dann bedanke ich mich erstmal ganz ganz herzlich fürs zuschauen und ja bin gespannt auf eure meinungen auf eure ideen und vorschläge ja und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es richtig losgeht also bis dahin macht's gut ciao tschau 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 tschau